Das der kaum bezwingbare Hebräer Simson gerade grausam von den schwer bewaffneten Philistern überwunden wird, ist der brutale Höhepunkt einer Geschichte aus dem Alten Testament und Folge missbrauchten Vertrauens. Rembrandt van Rijn zeigt uns in diesem Bild aus dem Jahr 1636 auf schonungslose Weise, wie Simson das Augenlicht genommen wird. Sehr wahrscheinlich ist, dass er Anregung von der wohl berühmtesten Malerin des Barock bekam, der Italienerin Artemisia Gentileschi. Die hatte bereits 23 Jahre zuvor eine Darstellung erschaffen, in der es noch brutaler zugeht. Es ist die entscheidende Szene aus der Geschichte Judiths, die während einer unerträglichen Belagerung ihrer israelischen Heimatstadt Betulia den assyrischen Feldherrn Holofernes in seinem eigenen Bett enthauptet. Das Bild der Judith malte Artemisia Gentileschi in einer Zeit, als sie gegen die demütigenden Folgen eines sexuellen Übergriffs kämpfte, dem sie zum Opfer gefallen war. Möglicherweise war die Kunst für sie ein Mittel, diese Erfahrung zu verarbeiten. Die entschlossene Haltung ihrer Figuren und dass sie die Dinge zeigt, wie sie sind, hat sogar den Großmeister Rembrandt inspiriert. Kalifornien Untertitelung des ZDF, 2020